Das ist so idyllisch hier. Das ist der Wahnsinn, oder? Die Morgenstille und die Grillen und ein paar Kuhglocken. Der Traum des Landlebes. Ich würde sagen, so stellen wir uns vor. Aber ist das in der Realität wirklich auch so? Das will ich herausfinden. Macht das Landleben glücklich? Musik Morgen. Guten Morgen. Haben Sie schon den Magen bekommen? Genau. Ich bin in Tittigen, Kanton Basel-Land. Das gehört nicht dazu. Ah, jetzt ist es da. Das ist es hier. Ich habe mit jungen Frauen abgemacht, die hier eine Land-WG gegründet haben. Ich muss mal auf das Land, ich darf einfach rein. Ich komme, Achtung. Hallo? Darf ich einfach reinkommen? Ich bin Mona. Freut mich. Mirra. Schön, Sie sind da. Du hast mir geschrieben, oder? Genau. Ich bin sehr gespannt auf eure Frauen-WG auf dem Land. Für diese Sendung habe ich auf Social Media Menschen gesucht, die mir vom Landleben erzählen können. Und u.a. diese WG hat sich gemeldet. Das habt ihr reingemacht? Nein, das haben sie beim Renovieren gemacht. Zwei Mitbewohner, drei Mitbewohner sind gerade alle hier. Hier ist Kathrin. Und ich bin Mona. Kathrin, freut mich. Das ist die Johanna mit den blonden Haaren. Und das ist die Manuela. Genau. Ja, das sind meine drei Mitbewohner von hier oben. Und dazu noch die Angela, die auch noch dazugehört. Wie viele sind da denn? Nicht nur vier, sondern fünf? Fünf. Ah, ich meinte, es gibt vier. Nein, es sind fünf Mitbewohner. Okay. Und was ist das für ein fancy Brücke? Ja, es ist so ein Steak. Das war schon da, bevor wir gekommen sind. Also, wo wir gekommen sind. Und was ist das hier? Das ist ein kleines Häuschen, in dem wir am Eis sind und essen oder sprechen. Hey, das ist ein Traum, den ihr hier habt. Das wisst ihr schon. Mira ist die Gründerin dieser WG auf dem Land. Die Zusammensetzung hat es schon ein paar Mal geändert. Die meisten, die hier wohnen, haben sich vorher nicht gekannt. Dass es nur Frauen sind, sei Zufall, hätte sich einfach so ergeben. Der gemeinsame Nenner der Wohngemeinschaft. Sie wollen nachhaltig und umweltbewusst leben. Was machen Sie dort? Das ist anscheinend ein Löwenzahn-Kaffee. Kaffeeersatz. Wie geht es Heidekaffee? Ja. Unser Nachbar, Dominik, hat es gemacht. Er wurde vertrocknet. Löwenzahn-Kaffee. Ja. Ja, es geniesst ein bisschen mehr wieder. Möchtest du noch ein bisschen mehr? Kommt, wir nehmen dir mal einen Schluck. Dann schauen wir, ob wir noch etwas reinkochen. Schmeckt schon nicht nach Kaffee? Nein, nein, nein. Nein, nein, es ist nicht ein Kaffee. Sagst du zuerst etwas? Ja. Also überhaupt nicht wie Kaffee und nicht so gut wie Schikore-Kaffee und überhaupt nicht so gut wie normalen Kaffee. Es ist gesund für die Leberen? Ja, dann noch etwas Zucker rein. Ja, bevor ich glaube, Zucker würde helfen. Gut. Ich finde das cool. Die Frauen sind alle um die 25, arbeiten als Fachfrau Betreuung, sind Organisationsentwicklerin oder studieren noch. Und alle haben vorher entweder in der Stadt oder mitten in der A-Glocke gewohnt. Aber du hast mir vorher gesagt, es hätte sein müssen, dass du aus der Stadt weggehst. Was heisst das? Es war einfach, dass ich gemerkt habe, dass es mich nicht glücklich macht, obwohl ich alles, was ich hatte, das Gefühl hatte, dass ich schon lange wollte. Was hast du für eine Vorstellung vom Stadtleben? Ich dachte, ein schönes, minimalistisches Zimmer. Alles passt zueinander, eine schöne Wohnung, man ist im Trubel drin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich vorher eine Borreliose hatte. Ich habe mich nicht richtig davon erholt. Ich merkte, dass ich mich nicht erholen kann. Ich habe nicht genug Ressourcen dort, um mich zu stärken. Es hat sich so lange gezogen, dass es in das gemündet wurde. Es war schon nicht mehr dramatisch, aber ich merkte, dass ich einen Ort möchte, der mich nährt und nicht auslaugt. Die meisten gehen in eurem Alter in die Stadt. Dort ist die Party, ihr könnt das Leben richtig geniessen. Ihr habt das Gegenteil gemacht. Was haben denn gewisse Kollegen gesagt, die ihr gesagt habt, dass ihr das Juhe zu sehen habt? Dann sehen wir uns nie wieder. Ja, schon. Auch meine beste Freundin war 19 oft da. Es ist für mich praktisch, wenn ich in der Stadt bin, zu verbinden, um sie zu besuchen, anstatt dass ich eine Std. da rausfahren und zurückfahren muss. Aber es war schon so, dass ich fahre. Du wohnst jetzt aber ganz schön weit weg. Es war schon der Weg, die Angst zu sehen, dass man sich nicht mehr so sieht. Oder ich gehe in die Stadt, um die Leute zu besuchen, und nicht mehrheitlich kommen. Was hast du denn auf dem Land gesucht? Weisst du, was für eine Idealvorstellung hast du gehabt? Eigentlich schon das, was da ist. Die Beziehung zu der Natur ist allen hier wichtig. In ihrem Permakulturgarten probieren sie Anbaumethoden aus, die nicht nur für den Mensch, sondern auch für die Natur stimmen. Die Stadt und Land sind geografisch klar zu unterscheiden. Obwohl es hier aussieht, als wäre man total auf dem Land, gehört Tittingen offiziell zum äussersten Zipfel der Basler Anglo. Stadt und Land geografisch klar zu unterscheiden, ist in der Schweiz nicht mehr zeitgemäss. Tittingen ist eine Mischung von urban und ländlich, wie so viele Gemeinden in der Schweiz. Laut Statistik schwanken solche Gebiete häufig auch bei politischen Entscheiden, zwischen ländlich bewahrend und städtisch weltoffen. Bei diesen Wegen geht es dann auch um mehr als ums eigene Glück. Ich mache das nicht für mich, sondern für alle, die nach mir kommen, um mithelfen zu können. Ich weiss, das kann ich nicht alleine, sondern es braucht ganz viel. Ich bin auch ein Teil davon, wir sind ein Teil davon, Schrittchen zu gehen, in eine Richtung, in eine Welt zu bringen, die Zukunftsträchtig ist oder überhaupt in Zukunft möglich ist. Ich fühle da eine grosse Verantwortung, dort mitzuhelfen. Also, du möchtest die Welt verbessern? Ja. Ja, das kann man ja mal so sagen. Ja, und ich glaube, das wollen sehr viele Menschen. Ich glaube, es ist mega wichtig, auszufinden, wie kann man diese Verbesserung wirklich machen, dass es wirklich eine Verbesserung ist und nicht wieder ein Rückschritt. Sind ihr denn Idealistinnen? Man ist Idealistin nicht Leute, die so etwas von irgendetwas träumen und es ist nicht konkret, oder? Ja, ja, ja. Ja, wie ein Traum ist jetzt, um sich zu verwirklichen. Mira und ihre Kolleginnen, das merkt man, die haben sich hier auf dem Land schon sehr gut eingelebt. Aber auf unsere Aufrufe in den sozialen Medien haben sich auch Sönig bei uns gemoldet. Die machen den grosse Schritt hin aufs Land erst jetzt. Und die haben wir dabei begleitet. Hey, Daphne, wir haben nicht zu viele Bücher drin in der Kiste. Das ist, weil es dann mega schwer ist. Ich habe das sonst noch ... Wir könnten das schon noch in die Töftkleidern oder so rein tun. T-Shirt oder etwas? Geht das noch? Ja, genau so. Ich darf mich zu zügeln, weil für unsere Helfer habe ich jeden Raum mit einer Nummer oben beschriftet, damit man dann weiss, wo die Kiste nachher steht. Xenia, Sagesser und Tino Strebel wollen raus aus der Stadt. Sie bauen sich ein Haus auf dem Land. Haben wir den Platz für alles? Ich habe das Gefühl, wenn man in der Stadt gerne mehr Platz hätte, weil wir jetzt Hobbys haben, die vielleicht auch Platz brauchen mit einem grossen Bastelraum und Garage und einem grossen Garten. Die Lärme machen? Ja, genau, die Lärme machen. Wenn ich natürlich irgendetwas schrinnen und etwas bascheln will, dann macht es schnell mal laut und dann im Altbau ... Nein, und du hast auch wirklich Platz, oder? Es sind elf Parteien, die mitbasteln, ob sie wollen oder nicht. Im Altbau, ja. Und wenn du in der Stadt suchst, das mehr Platz hat, dann ist das auch nicht bezahlbar. Unsere Wohnungen im Haus nebenan sind für eine Million oder mehr weggegangen. Und die sind so gross wie die Wohnung hier, also 66 Quadratmeter. Die beiden wohnen in der Stadt Bern und gehören damit zu einer grossen Mehrheit. Denn drei Viertel der Schweizer Bevölkerung lebt in städtischem Gebiet. Erstmals seit Langem an Attraktivität verloren haben Städte während der Pandemie. Wer es sich leisten konnte, flüchtete aufs Land. Wie tun unsere Reisenbücher auch gleich rein? Ja, das ist gut. Jetzt wäre eine Küche neu zu suchen. Bei Tino Strebel und Xenia Seggesser war nicht die Pandemie ausschlaggebend für den Wegzug aus der Stadt, sondern eine dreijährige TÜV-Reise um die Welt. Wir hatten drei Jahre lang unglaubliche Freiheit. Das ist die grösste Freiheit, die man haben kann, wenn man so unterwegs ist. Wir waren auch sehr viel mit der Natur im Gämpen, ohne irgendeine Menschensäle zu sehen. Ich glaube, es hat sich bei uns auch schon mehr herausgekristallisiert, dass wir das eigentlich ausschätzen. Das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb wir das Land sein, dass wir mehr Freiheit um uns herum brauchen. Es spricht mehr in der Umgebung Freiheit. Weniger Häusernach, weniger Leute um uns herum. Das ist etwas, das wir beide realisiert haben, dass wir das wahnsinnig gerne haben. Hau so. Ich nehme mir noch das Bründchen mit. Das ist gut, ja. Schon gut rausfahren. Es geht ins Emmental. Dort bauen die beiden ihr zukünftiges Daheim. Wir sehen. Wow. Erika und Rolf Knecht zogen vor einem Jahr, mit Beginn der Pandemie, von der Millionenmetropole Kuala Lumpur nach Meiringen im Berner Oberland. Straight away. So now listen to Mummy, and she will show you what to do. Für mich fühlt es sich einfach richtig an. Es ist weniger gestresst, weniger Druck. Man hat mehr Zeit zum Leben. Man hat mehr Zeit, um einfach als Familie zusammen zu sein. Ich finde, wir entdecken uns selber ganz neu wieder. Wie wir in diese Landschaft hineinpassen. Das Ländliche und spielerische mit den Kindern und draussen sein. Wir müssen alles neu lernen und wieder entdecken. Sie hat einfach wirklich Mühe mit diesem ganz anderen Untergrund. Als wir angekommen sind, wollte keiner von ihnen auf dem Gras laufen. Wirklich. Nach der Aufwärmphase geht es dann. Aber ... Sand geht, kein Problem am Strand. Aber das Gras oder der Kieselstein ist ganz blöd. Boah. So in einem Fluss, die Steinböden ... ... oder bis sie mal lange Hosen angehauen haben. Oder Wanderschuhe. Schau du mir, war das so ein Kampf gewesen. Wie es nur Shorts und Birkenstock, oder? Manche Leute haben Vorurteile gegenüber dem Kleinstadtleben. Sie denken, es wäre für sie unmöglich. Ich dachte, das auch. Ich lebte in Städten mit 25 Mio. Menschen und fühlte mich glücklich und zufrieden und dachte, da gehöre ich hin. Doch das Leben brachte uns hierher, und ich merke, es geht. Ich versuche, das zu sehen und zu schätzen, was schön ist. Es gibt Schönheit, wo immer du bist. Ich bin Rolf, ich bin Exeggative Chef für Grand Hyatt Kuala Lumpur. 20 Jahre arbeitete der gebürtige Schweizer und gelähnte Koch Rolf Knecht in Luxushotels im Ausland. Für mich, für Hyatt arbeiten ist sehr speziell. Es ist fast ein Traum. Einst hatte er für Grand Hyatt Shanghai 38 Restaurants und 780 Leute unter sich. Arbeit war für ihn das Leben. 14 Std. Tage die Regel. Zuletzt sei er wohl nahe an einem Burnout gewesen. Some of the best things Malaysia has to offer. And I hope to see you soon here at Grand Hyatt KL and looking forward to cook for you. Luxushotels sind für Knecht passé. Jetzt kocht er für 120 Privatschüler und 40 Lehrpersonen der École d'Humanité auf dem Haslberg. Ein Bankett für 4'500'000 Leute. Und das ist so, dass meine Kinder zu Hause haben. Und sie können sagen, dass sie von hierher kommen. Kein Hummer mehr, kein Rindspiel mehr. Aber ich darf jetzt wieder richtig kochen, mit natürlichen Produkten, bei denen ich weiss, was herkommt. Aber vor zwei Jahren sagten wir, dass sie spinnen. Wenn uns mal jemand sagte, dass sie auf das Land ziehen. Zu Knechts Aufgaben an der Schule gehört auch der Aussenbereich. Das ist jetzt so ein Projekt, das wir am Arbeiten sind, um den Weg zu machen, für den Garten hoch. Und dann haben wir hier so ein asiatisches Terrassensystem. Dann haben wir Bienen dort oben jetzt, wo wir anfangen, ein bisschen experimentieren, oder? Und die Idee ist jetzt wirklich, dass wir wie so einen Permakulturgarten machen. Ich bin zum einen der Küchenchef, zum anderen jetzt auch verantwortlich für die Hauswirtschaft, für Maintenance, Sicherheit, weil ein Benefit von meiner Zeit in Asien war, weil ich so viel in Hochhäuser und Wolkenkratzer gearbeitet habe. Die ganze Ausbildung zum Feuerlöschen, Bombenalarm, wie haben wir da, Shooting-Attacks, weisst du? Wir mussten das alles machen, zertifiziert bis zum Gehtnichtmehr. Jetzt bin ich auch verantwortlich für die Sicherheit und Hauswirtschaft. und Maintenance und Garten, und Garten. So langweilig wird es nicht. Die Umstellung auf dieses komplett andere Leben mitten in der Natur sei allerdings nicht ganz einfach gewesen. Die ersten sechs Monate Schock, also voll Kulturschock. Weisst du, wo sind meine Wolkenkratzer, wo ist mein Hochhaus, weisst du? Wir kamen oben am 10.00 Uhr nach dem Flug, mein Sohn. Weisst du, was ist passiert mit meinem Gesicht? It's burning, weisst du? Weil es so kalt war und der Kälte nicht kennt. Ich sah nie richtig vorher, weisst du? Und, ja, aber jetzt, also ... Glück und wirklich das Gefühl, wir haben das Richtige gemacht. Wir sind ... Wir haben wirklich das Richtige gemacht. Ein ländlich geprägtes Dorf mit viel Grün. Das ist laut einer Umfrage des Bundes aus dem Jahr 2018 die beliebteste Wohnumgebung hierzulande. Wir sind in Schafhausen im Emmental. Xenia Sägeser und Tino Strebel, das Paar, das nach über zehn Jahren die Stadt Bern verlässt, baut sich hier ein Haus. Es sind ziemlich viele Quadratmeter, die wir hier selber machen. Aber so, ja, man bekommt wirklich eine emotionale Verbindung mit diesem Objekt in diesem Sinn. Das ist schon speziell. Ja. Ja, es fängt. Meistens. Ein eigenes Haus mit Umschwung. Über die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz träumt davon. Also, uns gehört im Prinzip alles von dort bis dort hier, wo der schöne Rasen anfängt. Das ist uns, genau. Und dort unten möchten wir dann irgendwie ein kleines Plätzchen haben, wo man auch sitzen kann. Also, nichts Grossartiges, weil wir für nichts am Bach bauen dürfen. Aber das ist das, was wir haben. Ich glaube, dass man wirklich auch den Bach geniessen kann. Ein bisschen zum Feuer und etwa Servalat darüber. Genau. Ich meine, unser Plätzchen, den wir gemütet haben, in der Stadt, das ist auch schön. Aber wenn du natürlich hierherkommst und dann von dem Bach plätschern kannst. Es ist ein unverbaubares Land hier. Ja, auch hinterher haben wir ja gerade den Wald. Also, in fünf Minuten sind wir im Wald oben noch. Ja, Strasse und Bahn. Es ist halt schon so, wenn man die Schweiz aufs Land zieht, meistens ist man halt gleich einfach irgendwo an der Strasse, oder? Eine kleine Mobilität muss ja auch sein. Also, es ist so ein Zwischinnen. Hier haben wir nicht mehr Platz. Wir haben halt ein Bächli. Ich glaube, es ist eine gute, eine sehr schöne Zwischenlösung. Ich glaube auch, ja. Von beiden Kleinen, oder? Mhm. Hier kommt das Gästezimmer. Aber falls wir mal Kinder haben, wäre es ein Kinderzimmer. Die Nachbarskinder erhalten eine Hausführung. Hier kommt der Ofen her, der auch unsere Bodenheizung tut. Durchschnittlich 46 Quadratmeter Wohnfläche beansprucht in der Schweiz eine Person. Und hier kommt dann die grosse Woche, die Martin nächste Woche montiert. Das ist eigentlich so die ganze ... Wer mehr Platz möchte, geht in Diaglo oder eben aufs Land, wie Tino und Xenia. Wir haben so wahnsinniges Glück. Wir haben etwas hier, das man sich nicht auslesen kann. Und zwar nie. Das sind unsere Nachbarn. Wir kennen alle Nachbarn schon. Wir waren schon hier zu Grillpartys eingeladen. Wir waren schon zum Essen eingeladen, zu Apéro. Wir hatten schon Glühwein. Wir kennen eigentlich alle umliegenden Häusernachbarn. Sie sind supernette Leute. Und wie Glück muss man haben? Das ist wirklich etwas, was man sich nie auslesen kann. Schon gar nicht, wenn man ein Haus kauft oder baut. Dann geht es nur ums Land. Man hat eigentlich keine Ahnung, was da rum ist. Seid ihr das Wasser am Geniessen? Ja. Das ist ein bisschen kalt. Ist es ein bisschen kalt? Ah ja, das wird schon ein bisschen weh. Wir freuen uns sehr, dass Sie endlich hierherziehen und wir zusammen zusammen hütteln und einen Kaffee nehmen können. Ja. Das ist eine Art Community, aber jeder in seinem eigenen Haus. Aber man ist halt schon nahe zueinander. Im Guten wie im Schlechten, wie man es auf dem Mond sehen will. Ja, es gibt ja sicher Leute, die nicht so gerne aufs Land gehen. Man sagt, die soziale Kontrolle ist so da. Man weiss von jedem, was gut so läuft. Das ist schon so, aber man ist sich so bewusst, wenn man aufs Land zieht, dass man einfach so unter Kontrolle ist. Genau. Ich komme noch mal zu dir rüber. Kannst du nämlich auch noch kommen? Ja, noch mal. Das ist nicht immer sicher, weil sie sind ja. QG. You have to eat your food. But you need the vegetables too, okay? Not just the pasta and the cheese. Zurück bei Familie Knecht, die von der Millionen-Metropole Kuala Lumpur nach Meiringen gezogen ist. Guten Guten. Die älteste Tochter Stella kam in Japan zur Welt, die jüngste Lyra in China, Sohn Hugo in Indonesien. Die Kinder waren an vieles gewöhnt, nur nicht an eine Ortschaft in den Schweizer Bergen. Die Kinder waren sehr hart. Zuerst war es sehr hart für die Kinder. Sie waren völlig durcheinander. Alles war anders für sie. Sie mussten in eine Schule gehen, in der sie die Sprache nicht verstanden und sie mussten Regeln einhalten, die ihnen fremd waren. Aber sie schafften es. Mein Sohn spricht jetzt Berndeutsch, meine Tochter Hochdeutsch. Sie haben Freunde und sie wurden so unabhängig, wie man es wohl nur in der Schweiz werden kann. Ich finde das grossartig. Es macht die Kinder stolz, wenn sie im Laden alleine Milch kaufen gehen können. Das ist wirklich toll. Was mir aufgefallen ist, die Schule hat viel mehr Erwartungen an Kinder in Sachen Selbstständigkeit. In Asien werden sie alle so verpäppeln. Da legen sie den Kindern die Jacke an. Da hast du im Kindergarten mit ... ... 18 Schüler, fünf Lehrer und zwei Helferinnen. Und da musst du allein sitzen mit einer oder zwei Lehrerinnen vielleicht für 20 Kindergärten. Du leistst die Jacke selber an. Es wird erwartet, dass Kinder Velo fahren können oder Rollen schulen. Das konnten uns ja alles nicht. Das alles hätten ihre Kinder nun hier in dieser ländlichen Umgebung gelernt, sagen die Kosmopoliten Rolf und Erika Knecht. Ich mag Städte, die vibrieren und chaotisch sind. Es gibt dort so viele interessante Dinge. Grossartiges Essen, tolle Yoga-Studios, Museen, Kunst. Hier gibt es nichts von all dem. Etwas finde ich hier aber wirklich speziell. Du bist inmitten der Berge. Wenn du draussen bist, geht dein Blick immer nach oben. Du schaust zu den Bergspitzen und denkst, dort oben gibt es Wildnis und Ruhe. Du wirst demütig und kommst dir mit deinen Problemen ganz klein vor. Wir werden erst noch herausfinden, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Bis jetzt stimmt es. Du bist viel weniger gestresst? Ich bin viel weniger gestresst. Ich bin mehr zu Hause. Ich bin mehr präsent. Was manchmal gut ist. Manchmal gibt es auch wieder neue Konflikte, wenn ich ständig zu Hause bin. Hey Kinder, nicht spucken, okay? Guys, if you're going to do that, go over there. Mit den Krisensteinen, dann könnt ihr dort rübergehen. Ich glaube sicher, solange die Kinder noch wachsen und sich weiterentwickeln, bleiben wir sicher da. Ich habe mir vor, dass man so ein Zuhause hat. Und was ist, wenn wir mal 70 oder 80 sind? Wer weiss, ob wir irgendwo in einem Altersheim in der Stadt sind oder ob wir bis zum Schluss in Meiringen bleiben. Ich brauche es nicht mehr, um wegzugehen. Ausser es wäre etwas, was meine Frau sagt, hey, komm, die Kinder sind raus, wir gehen nach Kanada. Wir geniessen die Pension dann. Wieso nicht? Nein, wir gehen nicht nach Kanada. Mehr wie Bali. Ja. Actually, I can't see. Sorry. Hin- und hergerissen sein, wie und wo wir leben wollen und was uns wirklich gut tut. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. Woher kommt das eigentlich? Die Antwort auf diese Frage finden trifft in Basel die Philosophin und Moderatorin der SRF-Sternstunde Barbara Bleisch. Immer wieder haben die Philosophen und Philosophinnen gefragt, was die Menschen auf das Land ziehen, wieso diese Sehnsucht-Ort hat. Und viele haben auch immer wieder das Land verteidigt. Wobei, man muss auch sagen, es ging gar nicht nur um das Land und die Natur, sondern sehr oft auch um die Flucht vor der Gesellschaft. Was ist es denn, das das Leben auf dem Land zu so einem Sehnsuchtsort macht? Also historisch gesehen, wenn man z.B. an Philosoph Jean-Jacques Rousseau denkt, den man ja so verbindet mit dem Satz «Zurück zur Natur», was er so verkürzt gar nie gesagt hat, ist es bei ihm wirklich die Idee, vor allem weg von der Zivilisation. Rousseau sagte, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Und damit meinte er vor allem Gesellschaft, die den Menschen nicht frei lassen lassen, wie er eigentlich ist, sondern überall werden wir vereinnahmt und fremdbestimmt usw. Das heisst, für ihn war die Flucht auf das Land vor allem eine Flucht weg von dieser Gesellschaft. Ja. Und Freiheit. Und Freiheit. Und heute, glaube ich, gibt es wirklich beides. Die einen suchen auf dem Land tatsächlich weg von der Zivilisation. Die kaufen sich vielleicht ein Meiersass, irgendwo total im Gehüt draussen. Die anderen wollen mehr einfach in die Natur, aber trotzdem möglichst gut angebunden sein mit ÖV und auch möglichst gutes WLAN. Also die wollen gerade nicht unbedingt weg von der Technik, z.B., auch nicht weg von der Arbeit, sondern einfach vielleicht ein wenig mehr Platz, z.B. Ist es denn die Natur, die wir v.a. suchen, oder macht die vor allem glücklich? Also ob die Natur glücklich macht, das kennen wir alle, würde ich auf jeden Fall bejahen. Also die Glücksforschung sagt es, die hat auf unsere Psyche positive Auswirkungen, auf unseren Körper, das ist wissenschaftlich beleidigt. Wir suchen das Land oft auf, wenn wir im Ferienmodus sind oder schon entspannt oder Sport treiben. Das macht sicher glücklich. Das andere ist, dass allein vielleicht die Auseinandersetzung mit Natur, also die ganze Pflanze, das Grün, das spräisst und so. Das hat ja auch etwas entlastet. Sie kann das extrem von in der Pandemie gefunden. Die Natur, der kann das nichts anhaben, die macht einfach weiter, die hat ihr Programm. Das entlastet uns vielleicht, wo man immer so krampfen muss, dass etwas entsteht. Jetzt mal abgesehen von der Natur, was fehlt uns denn in der Stadt? Eine Sehnsucht, die viele Menschen haben, ist auch das Handanlegen. Das Gefühl von dem Haptischen. Wenn man aufs Land zieht oder sich ein Ferienhäuschen auf dem Land oder vielleicht auch einen Schrebergarten hat, was so ein Landmoment in der Stadt ist, dann hat man die Sehnsucht danach, wieder mit den Händen in der Erde herumbudeln, selber Konfit machen, so den ganzen «Cottage-Core», also der Trend im Internet, auch auf Instagram, dass die Leute so das Landleben zelebrieren. Und das hat Hartmut Rosa, der deutsche Soziologe sehr stark immer wieder umschrieben mit dieser Resonanzerfahrung, dass wir in Kontakt kommen wollen mit der Welt, dass wir die Welt nicht als stumm, kalt und technisiert erleben wollen, sondern dass die Welt antwortet mir. Da gibt es irgendetwas, wo ich mich auch spiegeln kann. Vielleicht noch ein Aspekt an der Stadt, den ich wichtig finde. Man hat oft das Bild in der Stadt, es ist anonym, kalt, da hat man irgendwie keine Zugehörigkeit mehr. Für gewisse Leute ist genau das aber auch ein Vorteil. Denn zum einen verschwindet man in dieser Masse. Das heisst, wenn man eine Person ist, die nicht so mit dem Mainstream schwimmt, ist man froh, dass man das ausleben kann, ohne wie im Dorf so beobachtet zu sein. Und zum Zweiten ist, die Masse gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man vielleicht eher auf Gleichgesinnte trifft, gerade wenn man vielleicht nicht so mainstreamig unterwegs ist. Und der Druck, sich anzupassen, ist in der Stadt kleiner. Ja, Landleben macht dann glücklich, wenn man irgendwie noch gut hineinpasst. Das ist ja eine ganz gute Idee. Wenn nicht, dann kann es vielleicht schnell mal ein bisschen schwierig werden. Und genau so ging es mit meinem Kollegen Livio Gistell. Und er ist für uns noch mal zurück in das Dorf, das er in jungen Jahren so schnell wie möglich verlassen wollte. Darf ich vorstellen? Flont, ein Teil der Gemeinde Obersachsen-Mondelln. Es hat eine Beiz, eine Post, ein paar schöne Stellen, schöne Landschaften und sonst eigentlich nicht viel. Von hier bin ich mit 19 abgehauen. Ich fühlte mich irgendwie recht alleine hier. Ich war alleine im Jahrgang und fand nicht grossen Anschluss. Mich hat das Landleben hier überhaupt nicht glücklich gemacht. Und ich frage mich, wie es den Jugendlichen geht, die heute hier zu lange sind. Und jetzt treffen wir gerade eine, mit der ich abgemacht habe. Dann gehen wir sie gleich besuchen. Das ist Elena Stucki. 16 Jahre alt ist sie, 11 Jahre jünger als sie. Ähm ... Ich fühle mich mal dahinter oder so. Finde ich immer noch schön. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Und das letzte Mal sah ich sie wohl als kleines Mädchen. Sie fühlt sich wohl hier auf dem Land. Der einzige Nachteil ist zum Teil, wenn es güllend wird, passiert halt noch viel, oder? Und dann, wenn man am Morgen aufsteht, das Fenster öffnet, dann kommt es ihr schöner, güllend Geschmack. Oft ist sie aber nicht mehr da. Unter der Woche ist sie im Sportgymnasium in Davos. Sie will nämlich Profi-Ski-Fahrerin werden. Das bedeutet viele Trainings und Rennen in der ganzen Schweiz. Ich habe das Problem geheim geflogen. Man ist fast eingesperrt. Ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen ... Hast du das nie? Nein. Also, ich weiss nicht genau, wie du das meinst, aber ... Ich musste gehen, um jemanden zu finden, der ein bisschen wie ich ist auf einer gewissen Art. Ja. Hast du das Gefühl, dass es noch viele in den Dörfern gibt, die sich so ein bisschen fühlen? Ja, das ist ... Ja, das verstehe ich schon von Art. Aber ich meine, ich hatte auch andere Kollegen, die mehr so wie ich war, wo ich einfach von Ski-Fahrern ... Eben, ausserhalb vom Doppel. Ja. Ja. Ach, siehst du? Aber ich habe schon auch meine ... Also, ich war nicht nur in dieser Bubble. Ja, in der Flanth-Bubble. Ja. Aber diese gute Säbe ist in jeder Gase. Du fragst, ob ich es schön zu Hause kommen finde. Ja. Mega. Ich bin mega gerne hier. Es ist so schön. Schau dir das mal an, das ist sehr herzig. Ja. Hallo. Und ich freue mich auch, zurück zu meinen Eltern zu besuchen, die Leute zu sehen, die schon in meiner Kindheit hier waren. Flanth ist ein bisschen wie eine wunderschöne Postkarte, die deshalb aber auch bei der Stillstadt. Typisch für die Region. Und wie vielen anderen Jugendlichen ist auch mir, dass es wenn zu langweilig werden will. Heute hat das Dorf 224 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine Handvoll davon sind Jugendliche. Da kann es gut sein, dass man ganz allein im Jahrgang aufwächst, wie ich damals. Die nächste, die ich treffe, ist Antonella Messmer. 18 Jahre alt, Fachmittelschülerin in Ilans. Vor drei Jahren ist sie hierher gezogen. Ihr Vater ist im Flont aufgewachsen und die Antonella kennt das Dorf deshalb von vielen Besuchern bei den Grosseltern. Hier im Dorf kenne ich nicht viele Leute und auch nicht Leute in meinem Alter. Also ich habe keinen Kontakt mit Leuten in meinem Alter hier im Dorf. Und wenn ich mit Kollegen bin will, muss ich halt schon ab auf den Ilans gehen. Die Ruhe, die Natur, das gefällt ihr. Aber eben, ihr Umfeld ist anderswo. Und so ein Umfeld in der Nähe vermisse ich sie schon. Zum Glück gibt es noch das Handy. Ihr droht zur Aussenwelt. Soll ich dir Pilze und Zeit sagen? Gern. Es ist ziemlich hoch. Ich bin nicht stolz darauf. Ich versuche es zu vermindern. 6 Stunden. Und das jeden Tag. 30 % ist es jetzt runter. Vorher war es so bei 9 Stunden. Bis zu 10 Stunden. Ohne Sais? Ich wünschte es, es wäre nicht so, aber es ist so. Gerade wenn ich hier so isoliert bin ... Also isoliert. Es klingt so, als ob ich in einem Gefängnis wäre, aber nicht so. Aber ich bin doch oft alleine. Und meine Leute sind nur da erreichbar. Ja. So auf kurzer Zeit. Ja, das mit der Einsamkeit kommt mir noch bekannt vor. Und wir hatten damals nicht mal Smartphones. Aber das Ganze kann man auch positiv sehen. Z.B. wenn man gerne etwas Ruhe hat, wie der 16-jährige Enea Meier. Er ist glücklich hier. In diesem Sommer hat er seine Schreinerlehre angefangen in der Schreinerei des Dorfes. Sein Umfeld ist in der Nähe, im Nachbarsdorf Obersachsen, wo die Flöntner und Flöntnerinnen in die Schule gehen. Und dort ist auch der Ausgang an der Wochenende. Das Velo nimmt er mit, um später damit heim zu fahren. Weil am Abend fahren hier keine Postes mehr. Du nimmst nur einen krassen Weg auf dich, um abzumachen. Ja. Der Rufeli-Park, wo er und seine Gespöhnchen sich treffen, ist eine Freizeitanlage in Obersachsen. Wir haben ja immer den gleichen pfunklichen, zeitlichen Arten. Wie funktioniert das? Man macht einfach die Zeit ab und dann sind wir meistens da. Der Miguel bringt meistens noch ein bisschen zu trinken mit. Letztes oder sie manchmal auch noch. Öfters hat es noch Alkohol drin. Will ich filmen, kommt heute aber fast niemand von seinen Kollegen. Das Auslaufen ist schon ein bisschen mehr und die Jugend von hier umeinander chillt es hier bis in die Nacht. Den Ort hier gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Und ja, ob ich dann auch effektiv jedes Wochenende unter die Leute gegangen wäre, weiss ich auch nicht. Fazit nach diesen Gesprächen mit den Jugendlichen. Das Leben im Dorf ist für dich ein Glück, das auch hier Gleichgesinnte finden. Bei so wenigen Gleichaltrigen ist das aber nicht selbstverständlich. Das war damals schon so und an dem hat sich nichts geändert. Auf dem Land aufwachsen ist das eine, aber von den Eltern auf das Land verpflanzt werden, das ist dann nochmals eine ganz andere Geschichte. Ich bin hier in Omalingen, das ist Kanton Basel-Land, etwa 2'000 Einwohner. Und da treffe ich die Familie Cheron. Sie haben vor 15 Jahren entschieden, hierher zu ziehen und haben seither immer mal wieder mit diesem Landleben gekadert. Und jetzt sind Sie hier im wunderschönen Vorgarten der Familie Cheron. Das ist Nathalie, das ist der Raymond, die Tochter Nina, Julian, der Sohn und ein Freund der Familie, Fabian Müller. Ihr habt mir vorher schon erzählt, dass es dieses wunderbare Haus war, in dem ihr euch verliebt habt, auch entschlossen habt, um hierhin zu ziehen. Nathalie, was hast du vom Landleben erwartet? Ich habe mir keine Überlegungen gemacht. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, was auf mir zukommt, was vielleicht erwartet wird. Ich bin natürlich darauf aufgewachsen. Ich wusste, was mich erwartet, als ich zurückkomme. Aber ich habe mich alle genug gefühlt zu diesem Zeitpunkt, um wieder zurückzukommen. Ja. Am Anfang ist es wirklich für mich auch so mitzubekommen, dass hier alle übereinander reden, wo alle einander irgendwie kennen. Das hat mich wirklich verunsichert, zum Teil auch wirklich gestresst. Aber das konnte ich so ablegen. Aber wir hatten am Anfang wirklich viele solche Gespräche. Ich habe mir gesagt, es ist einfach so. Hör doch, es kann doch gleich sein. Aber es war mir nicht gleich. Also das Bedürfnis, mich integriert zu fühlen und nicht richtig zu wissen, wie mache ich das, dass es wirklich mein Weg ist. Das war am Anfang schon die ersten Jahre vorhanden. Jetzt fällt mir gerade auf, ihr seid ja aufs Land gezogen, um es vielleicht etwas ruhig zu haben. Aber z.T., wenn da etwas vorbeifährt, verstehe ich euch. Warum habt ihr ja gewusst, dass ihr direkt an der Hauptstrasse wohnet? Was heisst die Hauptstrasse-Adresse? Eigentlich schon, aber das ist schon ... Den Verkehr muss man wirklich ausblenden. Ich habe es gelernt, heute fährt es mir auch wieder etwas sonst. Und am Wochenende ist es wirklich gerade der Fall. Wenn man durchfahren darf. Es ist ein bisschen wie, wenn du an der Autobahn wohnst oder an der Zuglinie, oder irgendwie gewöhnst du dich daran. Aber wir merken sehr stark, wenn Freunde aus der Stadt kommen, die dann sagen, hey, aber hallo, da ist eigentlich Leute bei uns. Bei uns ist es ganz klar leisliger im Quartier. Du wohnst jetzt in Basel wieder in der Stadt? Ja. Wir sind ja nicht alleine, sondern ihr habt vor 15 Jahren Kinder mitgebracht. Dort warst du ... 14. 14, also in einem anspruchsvollen Alter. Ja, ja. Wie bist du hier auf der Stadt? Ich habe es nicht so lustig gefunden. Das ist schön gesagt, wenn man mit 14 etwas nicht so lustig findet. Ja. Es war auch auf deine Eltern, dass sie dich zufrieden haben, an einem Ort, wo du dich auch nicht wollen. Da würde ich nicht unbedingt sagen, es ist aber schon ein bisschen frustriert. Ja. Wie war das für euch, als ihr gemerkt habt, dass ihr euch ein Traumhaus gefunden habt, aber er fühlt sich nicht wohl? Ja, und er hatte dann wirklich seine Krisen. Aber für mich war nicht klar, dass das der Hauptgrund war. Es war auch Teenager-Phase. Und erst viel später, als wir über das immer wieder geredet haben, wurde mir bewusst, dass wir ihn wirklich entwurzelt haben. Ja. Du warst jünger, hast gerne geritten und hast es am Anfang megacool gefunden. Für mich könnte ich mir wahrscheinlich eine bessere Kindheit vorstellen. Es war für mich auch so, dass ich hierher gekommen bin. Ich war auch direkt in den Verein hineinzogen. Ich war bei TV-Ormelingen in der Meidler-Rigi. Und ich konnte ihnen auch immer reiten, weil es so viele Möglichkeiten gab. Dort habe ich einen Bauernhof, an denen ich jeden Tag helfe. Dann kommen wir jetzt zu Fabian. Du bist aus der Stadt, du bist überzeugter Städter, wohnst in Basel. Könntest du dir vorstellen, du kommst jetzt in den Grabau, oder? Wirst Vater? Ich werde Vater, ja, eine paar Wochen. Könntest du dir vorstellen, mit deiner Familie aufs Land zu sein? Es ist für mich nicht der Grund, um über das nachzudenken. Es ist so das Bild, dass eine Familie aufs Land gehört. Ich bin selber nicht so aufgewachsen. Ich sehe das jetzt auch nicht als Vorurteil. Ich sehe jetzt eher, dass man dann irgendwann in einem Häuschen landet, beide Elternteile haben ein Auto, und man wird dann irgendwie der Chauffeur der Kinder. Ich mache alles mit dem Velo. Ich bin fünf Minuten überall in der Stadt. Ich habe ein Lasten-Welo, wo ich alles transportieren kann. Man hat eigentlich auch alles in der Stadt, gerade in Gehdistanz. Ich glaube, das funktionierende Dorf ist mittlerweile die Stadt. Es ist sehr interessant, dass ausgerechnet Julian, der wahrscheinlich am meisten Probleme hatte, um hier anzukommen, die tiefsten Wurzeln geschlagen hat. Du bist jetzt in der Ausbildung als Winzer. Du wohnst zwar in der Stadt, aber du arbeitest in der Natur. Also ein bisschen hat es dich schon geprägt. Ja, es hat mich definitiv geprägt. Und ich glaube, auch mit ein bisschen Abstand, ein bisschen älter werden, habe ich auch durchaus die tollen Seiten hier angefangen zu kennenlernen und zu schätzen. Das ist immer spannend, weil es bewusst sein für so biodynamische Prozesse, das ist ein biodynamischer Betrieb, wo du schaffst. Und das ist ja schon auch sehr städtisch. Ich glaube, die Thematik dort ist sehr hoch. Wir haben mittlerweile auf dem Land Monokulturen, in der Stadt eine höhere Biodiversität, also auf dem Land. Also ich glaube, es ist vor allem auch von der Behörde her ein sehr hohes Bewusstsein, was es eigentlich braucht. Und das fehlt auf dem Land. Ich glaube, dass es eben auch sehr oft in politischen Entscheidungen ist, dass dort Bewusstsein eigentlich für eine Nutzung, für eine ausgelogene Nutzung, Benutzung von der Natur, aber eben auch die Natur fördert, was es braucht. Ich glaube, die Stadt ist weiter in solchen Themen. Wie gross ist denn der Stadt Landgraben mittlerweile? Ich glaube, das ist riesig, politisch vor allem riesig. Spürt ihr den auch? In der Stadt Landgraben? Ich spüre natürlich insofern, dass ich vielleicht jetzt von meiner politischen Haltung her eher städtische Sicht einnehme. Ich spreche eigentlich sehr selten hier mit den Leuten im Dorfumfeld über politische Geschichten, weil es ... Ich finde es ecklig, da komme ich dann so in eine komische Situation hinein, dass ich dort anders denke, als die meisten dort um. Das ist ein grosser Punkt, das stimmt. Aber was muss ich sagen? Auch auf dem Land gibt es das politische Spektrum. Es ist ja nicht nur so, dass nur in der Stadt und in der Stadt gibt es die progressive Kräfte. Die progressive Kräfte gibt es genauso auf dem Land. Also, dort möchte ich eigentlich fast auch etwas gegen den Stadt-Land-Konflikt sprechen. Also, dass man den nicht irgendwie noch stärker macht, als er eigentlich ist. Es sind politische Polarisierungen, die stattfinden. Aber ich glaube, nicht nur zwischen Stadt und Land. Die passieren auch in der Stadt und die passieren auch auf dem Land. Also, genau. Aber wenn man jetzt Perspektiven umkehrt, sind die eigentlich die, die man nicht so gern hat. Die, die dann aufs Land ziehen, von der Natur profitieren, aber eben dann nicht mitmachen in den Vereinen, dass die Gemeinschaft nicht unterstützt. Gut, aber ich meine, wir kaufen z.B. Lokal einkaufen. Wir gehen z.B. nicht auf Freifelden rüber und posten. Oder so. Hier hast du es eigentlich gerade neben der Abendbauer. Und da nimmst du auch teil. Oder an der Gemeinde. Und wir haben schon auch die Einkommen. Wir sind also auch an fester Gang, wo ein Dorf stattgefunden hat. Wir sind auch einmal am Bandtag. Das ist meine Grenzen abgelaufen. Also, unsere Bemühung war auch hier. Und ich denke, das ist auch geschätzt worden. Aber ich würde auch sagen, dass ein grosser Teil war, dass wir sehr integriert waren über mich. Weil ich halt im Verein war. Und über die Schule. Und vom Verein aus gab es halt sehr viele Wettkämpfe, die überall in den Dörfern waren. Oder eben auch der Rudinlauf, der in Ormelingen ist. Im Wald. Und ja, von daher ist das auch so ein bisschen zufrieden. Ich glaube, es war ein bisschen das Ventil, um das Dorf zu leben. Also, ihr hadert immer mal wieder, auch mit dem Landleben. Was ist deine Prognose? Bleibt ihr da oder geht ihr zurück? Ich glaube, dass wir früher oder später wieder in die Stadt werden. Ja, ich glaube schon. Stadt und Land nicht einfach als geografische Begriffe, sondern als Denkweise, als Mentalität. Und dass es für das Glück eben nicht nur wichtig ist, dass die Natur schön ist, sondern auch, dass man sie mit Menschen teilen kann, die ähnliche Werte vertreten. Ich bin wieder in den Frauenweg zu Tittigen im Baselbiet. Die Frauenwegung macht sich bereit für das Fest von Morbic. Das erste Mal, seit sie hier wohnen, wollen sie ihre Nachbarn einladen. Und sich zu integrieren, sei ihnen wichtig. Und wegen Corona war ein solches Fest bis jetzt nicht möglich. Jetzt ist es ein bisschen wie Landfrauenküche. Landfrauenküche von der anderen Art. Also, was gibt es heute? Wir haben zuerst einen Unipowl genannt. Ich habe vor einem Monat oder so Waldmeister gesammelt und einen Sirup gemacht. Focaccia mit noch etwas Wildkräutern, die man von draussen tunnt. Und dann haben wir noch Brennnessel-Pesto. Wir mussten mega viel Brennnessel jäten. Ja. Und dann habe ich gedacht, dass man gerade das Pesto daraus hat. Und das Schwein? Es ist ein bisschen bitter. Darum haben wir jetzt gesagt, dass wir den Blätterteig noch etwas verfeinern und in den Blätterteig einrollen. Dann nimmt sie den Geschmack des Blätterteigs. Das reicht aus. Aber ich denke mir jetzt noch mutig, wenn du so etwas verwertest und du hast zum ersten Mal deine Nachbarn da. Und jetzt hast du eine weitere Brennnessel-Pesto. Es ist schon fein. Ich esse sie alle, ja. In der Frauen-WG ist es wichtig, möglichst viel von dem, was die Natur aus der Umgebung hergibt, zu verwerten. Auch hier kleben sei aber nicht das Ziel. Das ist jetzt nicht alles aus eurem Gehalten, oder? Nein. Nein, Barbara. Wir gehen jetzt vom Markt. Wir gehen immer am Freitagmorgen am Markt aufs Laufland. Hast du ein Auto? Oder wir gehen jetzt? Ja, mobil. Nein, hier mit dem Veloc. Und Mira hat einen Elektroroller. Okay. Und das ist ja tatsächlich ein Problem, wenn du so weit ab vom Schuss wohnst, wenn du kein Auto hast. Ja. Und der Bus fährt auch, wie es geht. Der letzte fährt um halb neun. Dann fährst du nachher schon fast ins Taxi heim oder so. Ja. Oder du laufst 45 Min. Wäre das vielleicht auch ein Argument, das gegen das Land lebt? Wie hast du denn, wie viel pendelst du? Im Moment eher noch zu arbeiten, weil auch die Uni online ist. Ja. Aber schon mehrmals pro Woche. Und ich nehme halt auch manchmal das Dörf in die Stadt, weil ich finde es schon ... Es ist schon mühsam, mehrere Stationen zu nehmen, bis man endlich in der Stadt ist. Ja. Aber ich denke, es ist schon eine Überlastung, einen negativen Aspekt vom Landleben zu pendeln. Ja. Aber ich glaube, das ist die Hauptsache, ob man sich darauf einsehen kann oder nicht. Ja. Und also, in welchen Momenten hast du gemerkt, dass ich das anfange zu stressen habe? Hm ... Fast von Anfang an. Okay. Ich hatte die Hoffnung, dass sie sich legt. Es war eine grosse Bedenke, dass das nicht weggeht oder dass mich das eben stressen würde. Ich hoffe, dass es weggeht, aber es ist nicht wirklich so. Es ist immer noch da. Ja. Und jetzt? Dass es ein Punkt ist, wieso ich zurück in die Stadt möchte. Also, du ziehst aus. Ja. Zu meiner Freundin in Skundeli. Zu mittendrin. Okay. Das ist jetzt aber auch wieder ein Kulturschock. Ja, auf jeden Fall. Im Moment habe ich meine Ideale von im Garten zu arbeiten und Gemeinschaft zu leben und so. Aber es ist nicht die Realität für mich. Ja. Mein Fokus ist auf der Stadt. Mein Leben passiert dort. Okay. Und dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt für mich, auf dem Land zu leben. Ja. Ja. Was Johanna mir gerade erzählt hat, hat mich doch etwas überrascht. Aber das Leben auf dem Land hat auch seinen Preis. Und nach ihm schlug, kein Loppen schwebt. Machen wir schnell mal einen Perspektivwechsel. Und zwar zu denen, die nicht nur auf dem Land, sondern v.a. auch vom Land leben. Die Bauernfamilie Hunkerler hat sich auch bei mir gemoldet, um zu erzählen, was es für sie bedeutet, wenn die Städter aufs Land ziehen. Plane ist jetzt neben unserem Betrieb ein grosses Projekt mit insgesamt 160 Wohnungen. Das sind, ähm, ja, so die neuzeitigen, heutigen Wasserstelle. Nein, das sind einfach die grossen Blöcke, die gebaut werden. Ähm, oder meine Angst sind einfach, dass es jemand, der hierherkommt und das baut. Aber dass irgendwie 20 m an das Güllloch kennen, dieser Block steht, das realisieren sie vielleicht gar nicht. Es kommen halt solche, die vielleicht auch noch nie auf dem Land gelebt haben. Und dann stinkt es halt einmal. Oder es ist halt einmal laut. Am Anfang sehen sie das Haus, die Schuhe gar nicht. Dann schauen sie raus, sehen sie die Aussicht und sagen, oh, das ist wunderschön, oder? Das zweite Jahr kommt das Kind, sieht die schöne Kühe, ist noch jöh und herzig. Und das dritte, vierte Jahr, wo es normal ist, fängt sich jemanden an zu verstören. Und dann hat man vielleicht noch die Zeit und sieht, dass wir anfangen, jetzt hängen wir ein und jetzt tun wir mal etwas zu leid. Und darum habe ich Angst. Ein paar hundert neue Nachbarn werden sie schon bald erhalten, direkt neben dem Kuhstall. Eine ziemlich neue Ausgangslage für den Bauernbetrieb, den es hier seit Generationen gibt. Unser Betrieb hier in Wau ist der Betrieb Gasshof, geführt von der Familie Hunkeler-Meier. Das Land der Familie Hunkeler-Meier ist mehrheitlich weit weg vom Hof. Rund um den Betrieb ist praktisch alles verbaut. Selbst Land verkauft hat die Familie nie. Die Gemeinde Wauwil im Kanton Luzern ist eine Wachstumsgemeinde und hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Wauwil mit Weitsicht ist der Slogan der Gemeinde. Ländlich und doch gut erschlossen mit Bahn und Autobahn ist die Wohnlage sehr beliebt. Aus dem einzigen Bauern-Dorf wurde ein Wohnort. Mami, komm mal steigern! Wir arbeiten hier, wohnen hier und leben hier. Ein normaler Bürger hier geht in die Stadt arbeiten. Er geht auch hier wohnen. Das heisst, wenn er hier ist, das Wauwil ist eine Wohngemeinde und nicht eine Arbeitsgemeinde. Dann geht man uns erholen. Wenn man hier ist, hat man Freizeit. Die, die frisch zugezogen sind und uns nicht so können, oder die gar nicht von der Landwirtschaft sind, und man sieht, dass die Privaten einen anderen Ablauf haben als wir zwei oder wir alle auf den Bauernhöfen. Ich meine, Sonntag wäre schön, wenn es manchmal Sonntag ist, aber dann macht man halt gleich das und dieses. Mit Direktverkauf ab Hof suche man den Kontakt zur Nachbarschaft. Und da wolle man noch mehr investieren. Verständnis schaffen zwischen Landwirtschaft und Konsumentinnen. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei grundsätzlich gut. Und trotzdem nicht ganz konfliktfrei. Wir hatten eine Lämpel mit einer Möchelungsanlage. Die ist im Betrieb, nicht am Nachbarn. Sie gaben eine Schalflicht ab, die für uns nicht relevant war. Wir haben mit der Nachbarn gesprochen. Irgendwann haben wir gemessen. Und dann mit den Messungen zu zeigen, dass wir kein Problem haben. Ich habe sie aber verstanden. Wir haben sogar noch interveniert. Wir haben jetzt noch versucht, eine Schauschutzerrunde zu machen. Ich hoffe, das ist gut für sie. Aber das hat mich jetzt ein paar Tausend Franken gekostet. Das wird uns vielleicht in Zukunft noch manchmal passieren. Dass wir halt ein wenig Konflikte haben mit den Nachbarn. Weil wir halt da sind. Aber das ist einfach ... Das ist das Leben auf dem Land. Miteinander. Und manchmal auch ein bisschen Gegenland. Um den Dichtestress im Dorf zu umgehen, will die Bauernfamilie den Hof ausserhalb erweitern. Die Gemeinde hat das Projekt gut geheissen. Hier sind wir genau auf dem Ort, wo wir unseren Legehennenstall bauen wollen. Warum hier im Dorf? Wir sehen, dass bei den Wolken rein geht es nicht mehr. Aus dem Grund der Abstände. Wir sind viel zu nahe gegenüber unseren Mitbewohnern, Nachbarn. Neben einer Scheune, die ihnen bereits gehört, hätten sie bauen wollen. Doch der Kanton hat abgelehnt. Dieser Stall wäre für uns sehr wichtig. Wir hätten wieder ein sicheres Standbein für die Zukunft. Wir sind beide gebildet. Du bist Meisterrandwirt. Ich habe die Bäuerin mit Fachauswesen gemacht. Uns wurde eingereichtert, dass wir innovativ und gute Ideen haben sollen. Wir sollen motiviert und kreativ motiviert sein. Und auch mal mit dem Grimforan etwas durchsteuern. Da sind wir immer dran. Und gleichzeitig, mit unseren guten Ideen, wie es auch vielen anderen jungen Bauern geht, scheitert es einfach an der Bewilligung. Aber das Projekt geben wir sicher nicht auf. Wir machen das für uns und nicht wegen lustig. Und wir haben da schon sehr viel Geld investiert. Wauwil sei auch für sie ein Wohntraum, sagen Madeleine und Markus Hunkeler. Und den Betrieb würden sie gerne an die nächste Generation weitergeben. Wie die Zukunft aussieht, ist es einfach schwierig. Das ist ... Ja ... Jetzt ist ... Klar, nur ruhig. Aber irgendwann wird es etwas prekat für uns. Gell? Der Konflikt zwischen denen, die aufs Land ziehen, um ihre Freizeit zu verbringen, um das Grüne zu geniessen, die aber vielleicht in der Stadt arbeiten, und denen, die auf dem Land tatsächlich am Arbeiten sind, z.B. bei Bauern, tritt immer wieder auf. Hat die Philosophie hier eine Lösung zwischen diesen zwei Ansprüchen als Land? Ich finde es schwierig. Das sind tatsächlich Präferenzen, die aufeinandertreffen. Und ich glaube, die grundlegendste Frage ist immer wieder, wem eigentlich den Boden gehört, wem das Land gehört und wer entsprechend darüber bestimmen darf. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wir leben in einer Demokratie. Die Schweiz ist geprägt von beiden, von städtischen Regionen, in denen viele Menschen leben, aber auch von ländlichen Regionen. Und wenn es immer um Vernehmlassungen geht, zu Gesetzesentwürfe z.B., ist es ganz wichtig, dass man die Pluralität der Stimmen in der Schweiz anlässt. Das wird ja auch gemacht. Also die Städteverbände werden einbezogen, genauso wie vielleicht die Verbande der Bergregionen. Und das ist ganz wichtig, dass wir in der Demokratie der Schweiz wirklich versuchen, das auch auszuhalten und auszuhandeln. Was mir aber auch wichtig tut, sich immer wieder vor Augen zu führen, ist der Klimawandel. Wenn wir den bekämpfen wollen und eine grünere, klimaverträgliche Schweiz hinkriegen, dann ist natürlich die Zersiedelung vom Land und die vielen Leute, die aufs Land ziehen wollen, ein grosses Problem. Weil völlig klar ist, wenn wir noch mehr verbauen und alle Leute immer noch mehr Raum brauchen, dann heizen wir auch mehr, wir verbrauchen mehr Strom, es gibt mehr Emissionen. Das heisst, eigentlich braucht der Klimawandel mehr statt. Der World Happiness Report, der letzte, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, macht Landleben glücklich und hat Stadt und Land verglichen. Was hast du das Gefühl? Global gesehen, sind die Leute in den Städten glücklicher oder die, die auf dem Land leben? Da muss ich als Philosophin passen. Ja, du musst raten. Ich muss raten? Es gibt eine klare Antwort. In der Stadt. Warum denkst du in der Stadt? Also, ich glaube, weltweit gesehen gibt es in der Stadt einfach mehr Arbeit. Und da sind wir wieder beim Thema Arbeit. Wir müssen am Ende des Tages unser Überleben sichern. Und das ist einfach eine Existenzfrage. Und die ist in der Stadt zu finden. Es ist genau so. In den allermeisten Ländern der Welt sind die Leute in der Stadt im Durchschnitt glücklicher als die auf dem Land. Genau wegen dem, was du gesagt hast. In der Stadt entsteht eigentlich der Wohlstand. Und in ganz vielen Ländern ziehen die Leute eigentlich in die Stadt. Und dann gibt es ein paar wenige Ausnahmen von den reichen westeuropäischen Nationen, die inzwischen die auf dem Land glücklicher sind. Warum? Weil man auf dem Land genau gleiche Möglichkeiten hat wie in der Stadt auch. Man ist eben sehr gut vernetzt. Aber man muss quasi die Nachteile der Stadt z.B. den Lärmen und so muss man nicht mittragen. Ganz wenige Ausnahmen. Fünfer und Weckli haben. Fünfer und Weckli Mentalität. Aber je weiter weg vom Schuss das Land ist, umso schwieriger wird es häufig auch, um die Jungen wirklich dort behalten. Und dann kommen die Dörfer schnell in eine schwierige Situation, nämlich das Leben eigentlich nahe und nahe aus diesen Dörfern rausgetröpfelt. Und was Sie alles unternehmen, um frisches Blut wieder zu bekommen, das sieht man gut am Beispiel von Albiner im Kanton Wallis. Und wir waren vor drei Jahren zum ersten Mal dort. Es regnete in Strömen, als uns der Albiner Gemeindepräsident damals zum ersten Mal empfing. Im Prinzip aber wir haben die Herzen von Wallis. Ein fantastisches Klima, Sonnig. Kurze Wege in die Kantonshöppstatt, kurze Wege in die Industriehöppstatt in den Fisch von der Lonsa. Und trotzdem haben wir natürlich ein paar Nachteile, die es schwer zu arbeiten machen. Erstens haben wir keine Schüler mehr. Das ist ein grosses Handicap. Zweitens stehen wir in einer grossen Konkurrenz. Nicht zur Ausser Schweiz, aber zu uns, zu den grossen, zu den grossen Orten im Tal, die versuchen, die Leute abzuziehen. Und auch alles andere und instammt eigentlich das Leben. Sehr schwermachend. Das wäre schade, wenn das zu einem Rentnerwiller verkäme und dass die Akschnur aussterben würde. Corona war da noch weit entfernt. Und die Vorstellung, dass gar Bergdörfer deswegen eine Renaissance erleben könnten, undenkbar. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Heute ist das Berggebiet kein Faktor mehr in der Schweiz. Selbst im Bundesrat ist seinem Abgang von Adolf Augi eigentlich nicht mehr mit an, dass ich noch weiss, was das Berggebiet ist. Das ist ein Drama. Und wir im Kanton selber die Situation, dass man von morgens bis am Abend eigentlich darüber nachdeckt. Wir könnten dann die kleinen Gagelgemeinden besitigen. Albinen half sich selbst. Junge im Dorf legten der Gemeindeversammlung eine sog. Wohnbau- und Familienförderinitiative vor. Anders ausgedrückt, wer nach Albinen zieht, kriegt Geld. Das Volk stimmte zu, und Tausende von Leuten aus aller Welt wollten in dieses Walliser Bergdorf ziehen. Das sind Bewerbungen, als wenn man sich um einen Job bewerben würde. Mit Referenzen, mit Signissen, mit Fotos, mit CDs. Das ist ein Bild einer Familie, die sagt, this is our family. Das ist eine riesige Familie. Eine riesige Familie. In 2004. Und ein Baby fehlt hier noch. Das ist interessant. Elmar Antamaten und Roger Haudenschild gehörten zu den Auserwählten. Dank der Wohnbauförderung konnten sie sich in Albinen ein Haus kaufen. Das ist das neue Heim. Ja. Wir haben halt noch ein bisschen das Buff, weil wir halt noch nicht so eingerichtet sind. Aber das eine oder das andere sieht man wohl. Das hier ist das Schlafzimmer. Ja, das Schlafzimmer, aber das ist noch meine ... Du hast gesagt, wir haben auf etwas aufgestellt, aber das ist ja so ... Ja. Und unsere Rimmatratik kommt vielleicht in eine oder zwei Wochen, aber es kommt nachher nicht so aus wie eine Bambe. Je 25'000 Fr. haben sie von der Gemeinde als Zustupf erhalten, weil sie in Albinen in ein Haus investiert haben und da leben wollen. Ich finde das nicht komisch, nein. Ich finde das eigentlich mehr die Liebe zum Detail, weil man halt wirklich an diesem Dorf heucht und halt auch alles probiert, damit das Dorf nicht untergeht, oder? Wer ist hier fein, wer ist hier so oft, wer ist easy zu tun? Was will noch mehr? Nichts. Drei Jahre später treffen wir Roger Haudenschild wieder. Elma Antamatten und er haben sich getrennt. Sie lebt nicht mehr in Albinen. Wie habt ihr es jetzt mit der Wohnwohrförderung gemacht? Ich habe diesen Betrag zurückgezahlt, den sie in der Gemeinde geschuldet hätten. Und das war kein Problem? Das war kein Problem. Zahlt man den Fix, also den Fondsbetrag, wieder zurück oder partiell? Äh, den Fondsbetrag. Okay. Wie ist es für dich? Bleibst du in Albinen? Ja, im Moment schon. Der Moment schon. Man weiss nie, was passiert im Leben. Gib er. Was er brauche, habe er hier. Ruhe und Natur. Der Gemeindepräsident Beat Joost. Das geht nicht. Nach drei Jahren Wohnbauförderung zieht er Bilanz. Wir sind erfolgsversprechend unterwegs. Das heisst? In die gute, richtige Richtung. Jetzt ist die neueste Übersicht. Einfach zur Dokumentation. Wohnbau- und Familienhörderung von Albinen. Und da haben wir alle Gesuche. Wir haben hier beispielsweise bis jetzt 16 Gesuche bewilligt. Betrifft 35 Personen. Rund 760'000 Fr. Beitrag bewilligt. Ich kann sagen, es ist ... Von allen Modellen, die ich bis jetzt angeschaut habe, es gibt diverse Versuche in verschiedensten Regionen. Im Alperäum, im Berggebiet. Ich würde mal so sagen, das Modell Albinen ist nach wie vor das Interessanteste. Im Dorf gab es aber auch immer schon Kritik dagegen. Ich finde es schlecht. Sehr schlecht. Warum? Die haben hier noch nie eine Frankensteuer gezahlt. Wer hat in der Lebtag keine Steuern gezahlt? Die sollen sich einmal einschalten und euch etwas ablassen. Einmal die Steuern ablassen. Einmal im Jahr. Du kannst doch zufrieden sein, wenn du die Steuern zahlen kannst. Dann hast du etwas verdient. Die Mutter ist nicht gleicher Meinung, oder? Nein, sie ist nicht gleicher Meinung. Nein, das ist nie gleicher Meinung. Ist das eine Quatsch? Ja. Ist das eine Quatsch? Es ist keine Quatsch. Ich habe gesagt, ich bin nicht dafür, fertig. Und ich habe meine Meinung. Und er hat seine Meinung. Wunderbar ist das. Siehst du so mit Meinungen auseinander? Soll ich ehrlich sagen, ich nicht unbedingt. Jeder muss vom Herzen aus mit dem Gefühl hierher kommen. Er muss mit Freude hierher kommen. Ja. Das finde ich. Das ist doch nicht eine so gleiche Meinung. Aber ich finde einfach, du musst Freude an der Natur hier wohnen mit der Freude. Nein, nein, wir kennen die Meinung. Das ist gut, das ist okay. Das ist meine Meinung einfach. Wir kommen dann schon noch mal vorbei. Ich hoffe, es sei gut. 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 Das haben nie alle im Dorf Kühe gefunden. Das wäre ja schon ein Wunder. Aber es gibt ... Ich würde sagen, wir haben damals abgestimmt. 100 Leider in der Ruhrversammlung. Sie sind 24 gestimmt, 30 dagegen. Mindestens das Resultat würde wir heute noch erreichen. Ich würde sagen, sogar noch besser. Ah ja? Ja. Also, dass wir unsere Einwohnerzahl mega kalt sind, ist schon sehr gut. Corona ist ein paar Möglichkeiten tief da. Gell? Indem das tun, dass Leute plötzlich merken, ich habe ja ... Die, die jetzt Homeoffice sind, ich kann ja hier arbeiten, oder? Das ist ja gar kein Problem. In ihrem Tiny House inmitten der Bergwelt funktioniere Homeoffice perfekt, sagen Lea und Pierre Biget. Machst du Erde-Bumm, Frit? Und bumm. Im Sommer 2020 sind sie hier eingezogen. Ja. Es ist rundherum noch nicht ganz fertig. Es ist immer noch ein bisschen Baustell, weil wir noch auf einem Teil der Bewilligung warten. Aber vielleicht kommen wir hier mal ein. Albinen habe sie offen empfangen, nicht wie andere. Es ist ein spezielles Projekt. Wir haben hier mehrere Gemeinden angefragt. Auch z.B. weil es ein gutes Projekt ist für Wohnverdichtung oder um Flächen zu nutzen. Aber es kam nicht viel zurück oder sehr erschwert. Entweder hat er gar kein Feedback bekommen oder was ist das für etwas Komisches, erklärt es mal haargenauer und, und, und. Da haben wir uns gar nicht wohlgefühlt, oder? Mhm. Wir stossen immer auf Skepsis, und da hatten wir nie so frei. Und hier war von Anfang an nicht Skepsis da, sondern eher, wenn er die Standards erfüllt, die es für ein Haus braucht. Und das tut es. Wohnen und Arbeiten auf dem Land und ab und zu für einen Job in die Stadt gehen. Pierre und Lea Biege sagen, das hier entspreche ziemlich exakt ihrem Lebensideal. Auch Severin Herrmann hat in Albinen gefunden, was er braucht zum Leben. Er ist hier aufgewachsen und will bleiben. Er hat ein kleines Geschäft mit Kräutern aufgebaut und bepflanzt die alten Terrassen des Dorfes wieder. Man muss ja nicht immer ... ... alles in Geld rechnen, sozusagen. Das ist einfach mein Ding. Ich rechne gar nicht alles in Geld. Ich bin ein bisschen tief und habe mehr Zeit. Und mir gefällt, was ich mache, das ist so das. Aber das muss ja nicht jeder so haben. Ich würde niemandem sagen, ich komme jetzt ... ... ist die einzige Richtung oder so. Das ist für mich richtig und fertig. Die Stärke des Dorfes ist ja, dass es übersichtlich ist, dass jeder gebraucht wird. Du kannst mitwirken, du kannst mitgestalten. Und das ist eben das, was die Leute mit einem Dorf in Verbindung bringen dürfen. Und die, die hierher kommen, denken, jawohl, ich will hier nicht anonym leben, wenn eine Akkormulation, wie z.B. zwischen Schlieren oder Wallisellen, oder? Sondern hier kann ich wirklich ... Bin ich jemand? Und ich kann mich ja engagieren und damit prägen, das Dorf. Ob das Landleben glücklich macht, weiß ich nicht. Aber Albina macht glücklich. Weil wir Albina leben im Paradies, oder? Tschüss. Und im Sommer 2022 soll gleich die Schule wieder raufgehen. Von den Walliser Bergen ins Laufenthal auf die Tittige zu der Frauen-WG. Die Zuzognen wollen sich heute Abend mit einem Fest ins Dorfleben integrieren. aus der Ahrung bringen wir hier, wir haben hier Bohnen und Wasser und Sirup. Wir haben hier eine Beine, eine Beine und ein Serump. Das ist scheiße, doch. Wir sind die Zuzung. Haben wir denn? Fast vegan, aber nicht ganz. Es gibt auch unvegane Leute. Es ist nur Jockey-Würfel, nur ein bisschen Buffer. Der Rest ist vegan. Super. Elisabeth. Johanna. Freut mich, Johanna. Hallo zusammen. Wir sehen, da hinten sind die ersten Gäste angekommen. Aber etwas wollen wir doch noch erklären. Ich lerne am Anfang der Sendung Xenia und Tino kennengelernt, die aufs Land gezogen sind, ein Haus gebaut haben. Ist das Haus mittlerweile fertig? Das stimmt nicht mal viel. Das stimmt nicht mal viel. Das ist schon lange so. Ja, aber das hier ... Ich schreibe auf Mars. Gut, das ist nicht so schlimm. Das ist am Boden. Die kann man einfach ausschneiden mit den Flex. Das machen nicht mehr? Ja, aber da kann ich nichts davon. Das ist nochmals dahin. Nein, das kannst du nicht ... Wir haben es deinem Monteur im Falle noch gesagt. Wir haben noch gesagt, die Mäse oder die Heisungen sehe wahrscheinlich nichts, weil es dahinter ist. Ihr gehört es. Es wäre ja nicht normal, wenn es einfach so reibungslos klappen mit dem Eigenheim auf dem Land. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg, aber es hapert momentan noch zwei, drei kleine Sachen. Der Ofen ist eben noch so ein Thema, das noch fehlt. Und was haben wir noch? Türen wären wir keine einzigen. Innenstüren wäre ich noch keine montiert, bis wir zügeln. Aber dann passen wir besser mit dem Mäbel in den Türlöchern. Das ist ein Vorteil. Alle sagen, es sei stressig, oder? Und ... Da stellt man sich das so vor. Aber bis zum Moment, in dem du es selber baust, hast du keine Ahnung, wie viel Stress es wirklich ist. Mhm. Es ist eine sehr, sehr grosse Belastung. Logischerweise gibt es da am Schluss auch einen ganzen Haufen. Aber der Moment, in dem man mitten drin ist und alles bis hier steht, ist es nicht lustig. Aber man weiss ja nicht beklagen. Ich meine, schlussendlich haben wir so eine tolle Chance. Und ja, also ... Wir haben ein Haus, ich glaube. Das ist ... Das ist set. Das ist ein Töster. Cheers. From all the countries we rise up The youth, the old, the same star We know what has to be done Schön sind alle hier und sind bei uns im Garten und feiern mit uns und die Nachbarschaft. Und ich würde sagen, das Buffet ist eröffnet. Zum Wohl. Ich kenne jetzt die Brennnesselpflanze. Es werden jetzt alle Nachbarn zum Brennnesselessen bekehrt. Inklusive mir selber. Sie brennen noch ganz jung? Die Suppe ist auch super. Das habe ich schon gehört. Ich beleidige nie mehr Brennnesselpesto. Es ist also sehr fein. Das freut dich jetzt, oder? Ja. Ich habe nicht so gut verkauft, aber das stimmt. Was hast du so gedacht, als diese jungen Frauen gekommen sind? Kommt es ehrlich? Ganz ehrlich? Im ersten Moment haben wir gedacht, wie lange bleiben die Sechte. Wie? Es war immer sehr viele Wechsel. Da denkst du, dass jeder eine Chance gibt, sie es probieren sollen. Und wenn es ihnen gefällt, dann gehen sie halt wieder. Und andere gefällt es. Schau mal. Wie ist es für dich? Du ziehst ja bald weg. Ich weiss, ich gehe ja nicht im Streit. Das heisst, ich werde mich einfach selber einladen. Und es kommt. Es ist nicht fertig. Nicht so intensiv mehr. Aber ich weiss, ich darf auch im Garten helfen. Ja. Macht das Landleben glücklich? Je nach Lebensmoment und wie es in der Realität passt. Bei dir? Im Moment eher nicht, sonst würde ich nicht zurück in die Stadt wollen. Aber idealmässig, ja. Mira, macht das Landleben glücklich? Mich macht es glücklich, ja. Sehr gut. Jetzt haben wir so viele Argumente gehört dafür, warum Landleben super ist. Aber auch ein paar, die dagegen sprechen. Am Schluss möchte ich es einfach von euch wissen. Ist das Leben auf dem Land besser als das in der Stadt? Schreibt es bei uns in die Kommentarspalten. Ich bin mega gespannt. Ich bin gemäst. Schreibt es im Moment Freiheit. Schreibt es bei uns in der Stadt.